Die Jungen schlüpfen im Regelfall innerhalb von zwei Tagen. Beide Geschlechter beteiligen sich an der Fütterung. Im Mittel werden pro Nestling an einem Tag 16 Gramm Nahrung verfüttert. Zu Beginn der Brutzeit handelt es sich dabei nahezu ausschließlich um tierische Nahrung. Später kommen auch Beeren und fleischige Früchte hinzu. Später kommen auch Beeren und fleischige Früchte hinzu. Frisch geschlüpfte Nestlinge wiegen 5 bis 7 Gramm. Bei Verlassen des Nests nach etwa 13 bis 15 Tagen wiegen sie etwa 65 Gramm. Später können auch Beeren und fliegeln in Wachstum aussehen. Später werden mit dem Kostetzer in Wachstum aufgehomert. Und dann ebenso sie einfach nur noch eine Stich-A-Zange. So ist das. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.